Ja, ich werde hier gar nichts kämpfen. Ah, hier ist er! Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserem Hunger Games Part. Ich bin die Mac 4 von Weride, die am 6.10. 2013 erschienen ist. Und ja, der Start ist schon mal hier sehr heiß. Oh, 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 oh. Äh, bitte, Feiler, ja, nein. Die Mac 4 hat schon mal gespielt. Also, wir springen dann. Okay, so wecken uns. Na, egal. Also, ich finde, wir rennen hier. Also, ich glaube, wir sitzen. Wenn wir dort drüben in diesem Haus haben, denn da oben in diesem Dach ist da ein... ...tun... ...glaub ich. Das verstehe ich. Ich habe aber nur noch mehr. So, so kannst du das, glaube ich, besser hören. Ähm... Ja. Abonniert mich. Okay, sehr nice. Sehr nice. Wie. Wie kommt man Dominik. Haare. We tänkt! Ich kann nicht so. Und ja, wir können sie Pay questioning lassen mit dem kristin es niemanden ein so 4 auch zu spielen zu kommen kann und also mit ihm für das ist die das war auch im Köln mit aber und und einiger wenigstens wie ich hier diese in der Klinik sehr neu Also, sie ist am neuesten. Dann kann ich jetzt da um... Nein! Nein, du bleibst hoch! Du bleibst um! Dann bleibst du um! Wie ist das geschmissen? Was? Nein, bleibst du um! Hey, wie kommt man denn jetzt da hoch? Ich kapier das nicht mehr. Toll! Ja... Mein und hier ich bin ich bin ich bin sie sind das ist es ist es dauert auch die sind auch auch ausgaben die nächste schädlich dann kann ich mich noch ich bin das ist doch jetzt ich weiß nicht ob ich das gesagt hab auf jeden Fall ist es die Server von Mojang da ist der Typ ich glaube ich geh nicht und scheiße hätte ich mich gesehen ich hab mich scheiß durch ist ich bin ich bin es ist und ich bin es ist es ist es ist es ist es es ist es ist es ist es ist es ist Ich kann einen Überraschungsangriff machen, wenn er da drin ist. Wo bist du denn? Ist du da drin? Weiß ich nicht. Oh man. Scheiße. Scheiße. Vielleicht werde ich gekriegt. Ich kann mich nicht. Ah, hier ist er. Ja, ich hab gewonnen. Ja, ich hab gewonnen, man. Ja, ich hab gewonnen, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist das dritte Mal, dass wir gewonnen haben. Auf jeden Fall sag ich schon mal. Ciao. Und wir sehen uns zum nächsten Hannah Games Part. Ciao, liebe Leute.